Ja, Titel wurde gesagt, auch richtig, No Pay No Gain, was soll der Quark? No Pay No Gain. Also es steht schon draußen auf der Tafel, es gibt so Dinge wie das Value Proposition Canvas, wo so drin steht, okay, finde den Customer Payne, schau dir seine Tasks an und dann finde den Customer Gain und dann wirst du reich. Und das gibt es auch in ganz anderen Sprüchen, wo dann so, wer schön sein will, muss leiden, ohne Fleiß kein Preis. Und noch andere Dinge, die euch einfallen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und in meiner Kindheit gab es eine Person, mit der ich das wahnsinnig verbunden habe, das war dieser Mensch hier. Wir kennen vielleicht einige, das ist Lance Armstrong, der hat den Krebs überlebt, hat den Hoden verloren, hat sich danach auf sein Fahrrad gesetzt und siebenmal die Tour de France gewonnen. Das härteste Radrennen der Welt, so. Drei Wochen, 3500 Kilometer, tausende Höhenmeter, also 20 Kilometer Anstiege, nicht nur einen, sondern so fünf am Tag. Und wenn man ihn fragt, naja, wie hast du es geschafft, dann hat er gesagt, pain is temporary, quitting lasts forever. Das ist nicht nur pain no gain, sondern auch noch ganz nett, quitting lasts forever. Also wenn du dich anstrengst und es dann nicht schaffst, dann musst du dich auch noch schämen. Also halt mal lieber durch und werde großartig, habe Erfolg und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, ich bin ja ein talentierter junger Mensch, das mache ich auch. Ich hatte dann auch so einzelne Erfolge. Ich habe in der sechsten Klasse den Kopfrechenwettbewerb gewonnen. Ich habe mit 15 auch, da bin ich heute noch sehr stolz drauf, die Rennserie beim Skifahren in meinem Landkreis gewonnen, nachdem ich da sonst immer zweiter, dritter wurde. Aber auch sonst irgendwie, Abitur hatte ich relativ gut bei den ersten zehn Prozent. Ich war auch in der Zeitung dann. Und irgendwie war es aber halt nicht ganz oben. Also es war nicht so dieser riesige Gain von, oh, siebenmal die Tour de France gewonnen. Und so, es war halt so, ja, es ist nett, aber irgendwie angefühlt hat es sich mehr so wie, ja, das ist Pain und Anstrengung, aber no gain. Also, was soll der Quark? Ich strenge mich hier an und es ist auch gut. Und dann sagen mir auch noch Leute, hey Sascha, du bist total talentiert und deliverst bis jetzt ein halbes Jahr hier und deine Erwartungen übertroffen. Und ich sitze im Hotel und denke mir, boah, ich will eigentlich gar nicht hier sein. Ich will ja nicht in Köln sein, auf diesem Projekt, wo ich den Leuten den Arsch kriechen muss. Ich wäre gerne irgendwie zu Hause bei meiner Freundin. Nicht hier, aber ich kriege das Feed, ey, du machst es ganz toll. Du wirst mal was. Und ja, aber das war dann so die Woche, wo ich dann mehr und mehr das Gefühl hatte, also irgendwie ist doch alles scheiße. Also, ich strenge mich an und kriege auch irgendwie positives Feedback, aber ich fühle mich halt echt beschissen dabei. Also, Pain und no gain. Und bei mir kam dann sogar der Gedanke auf, okay, egal was ich tue, irgendwie fühle ich mich nicht erfolgreich. Ich strenge mich an, bin auch oben dabei, so knapp dran, aber, ja, irgendwie klappt es nicht. Ich verstehe gerade, ich werde wahrscheinlich die zwölf Minuten gar nicht brauchen. Und dann war so der Punkt, okay, es ist alles sinnlos. Und ich saß dann wirklich in meinem Bett, lag mehr so, und dachte, okay, also, ist eh alles scheiße. Am Ende frisst die Sonne uns alle. Klingt lustig, war aber wirklich so der Punkt, ja, also, das tue ich mir nicht mehr an. Zurück in den Job will ich nicht. Was gibt es an Auswegen? Und da ist halt so dieser Ausweg, okay, ich sehe alles sinnlos, bringe ich mich um. Und das war dann Anfang Januar, verschneite Straße, ich saß im Auto und auch wirklich so der Gedanke, hey, also, jetzt da dieser Baum verschneit, das könnte wie ein Unfall aussehen. Oder auch so kurz schaut und gesagt, okay, wie fühlt sich das denn an, da zuzuhalten und geht es? Und nee, dann, also, irgendwie, ging nicht. Habe ich automatisch wieder gerade gemacht, war nur so eine Millisekunde und dann gedacht, okay, dann war da so eine Kreuzung und da hätte man auch gerade ausfahren können und auch das Gefühl so, ja, fahre ich weiter? Nee, ich brem's doch lieber mal. Ja, und also die Frage, okay, und jetzt? Ich hatte Glück, ich habe eine tolle Freundin, mit der ich sehr glücklich bin und habe sie dann gebeten, mich in die Psychiatrie zu fahren. Ich bin dann auf die geschlossene Station gekommen, C2, Nussbaumstraße, das ist auch so ein geflügeltes Wort, ja, die in der Nussbaumstraße. Ist ja auch toll, also du kommst da mitten in der Nacht an und dann hast du aufgenommen, bist dunkel und Krankenhaus-Flair, wartest da und dann kommst du auf die Station und musst erst einmal klingeln. Erster Buzzer, död. Okay, Schleuse, nochmal klingeln, zweiter Buzzer, död. Räufigste Frage, die ich wahrgenommen habe, sie haben ja auch ganz viele andere vorangestellt, war aber so, muss ich mir Sorgen machen? Nee, also ich habe es halt nicht hinbekommen. Müsst euch keine Sorgen machen. Hast du deine Sachen? Und dann wird gesagt, ja, haben Sie Flaschen, Rasierer, sonstige Dinge dabei? Ja, hier ist mein Rasierer, genau, bitte abgeben. Also nicht nur wegen Ihnen, sondern auch wegen den anderen Patienten, die dann auch, also ich hatte Glück, ich war in einem Zimmer, wo keine Kamera Tag und Nacht da war, also ich war wohl nicht so gefährdet, aber es war erst mal Psychiatrie. Ein Zimmerkollege mit den drei, der hat sich vorgestellt, hi, ich bin, Namen habe ich vergessen, aber hier sind Oropax, ich schnarche ganz furchtbar. Er hat furchtbar geschnarcht und morgens halt um halb sieben ging es los mit dem Buzzer, Tür auf, Tür zu, weil sieben Uhr gibt es Frühstück, das heißt, halb sieben kommen alle an. Und du denkst dir, hey, ich bin hier mit den ganzen Verrückten in der Psychiatrie. Und dann kommt diese Stimme in den Kopf, hey, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Das ist ja völlig bescheuert. Ich kann doch nicht hierbleiben. Und irgendwie habe ich es dann doch gesagt, zu sagen, okay, wo komme ich denn her? Also raus war da, wo ich mich umbringen wollte. Jetzt ist hier der Punkt zu sagen, es ist erst mal okay, hier zu sein. Also es ist gerade echt scheiße, es ist kein schönes Umfeld, aber es ist genau der richtige Ort für mich gerade und es ist okay. Und was sich daraus entwickelt hat, ist sowas trotzdem ja zum Legensagen und einfach dieses Grundding von ich will leben. Also, ich habe es gemerkt, ich habe es ausprobiert, ich wollte nicht gegen den Baum fahren, ich will leben. Das ist ein bisschen verpixelt, aber hier versteckt sich Viktor Frankl. Kennt den einer von euch? Ja, was hat der? Die Logotherapie entwickelt nach dem KZ-Aufenthalt. Genau, richtig. Er hat die Logotherapie entwickelt nach dem KZ-Aufenthalt. Also ja, das ist ein österreichischer Psychiater, der über seine Zeit im KZ ein Buch geschrieben hat. Empfehle ich jedem mal zu lesen, das ist auch so nochmal die Schrecken des Nationalsozialismus, wenn er dann schreibt, okay, ich habe Blasen an den Füßen und jeder Schritt tut weh und allein schon in die Schuhe reinzukommen und dann steht da der Kapo mit der Pistole und wenn ich aufhören zu laufe, erschießt er mich. Also, puh. Aber der Titel des Buchs heißt trotzdem Ja zum Leben sagen. Also dieser Grundgedanke von ja, Leben ist halt oft scheiße und schmerzvoll und trotzdem sage ich Ja und sage einfach bei diesem Ding, ich will leben. Und das war dann für mich alles, was es braucht. Was jetzt mit dem Gain? Also, weil bisher ist das ja so ein bisschen deprimierend, teilweise. Für mich ist dieser Aspekt von ich will leben wichtig und besonders. Gain im Sinne von Erfolge, berühmt sein, reich werden, schöne Frauen treffen und Dinge mit ihnen tun oder auch schöne Männer, wenn man das möchte, kann man alles machen und auch da Herzblut reinstecken und sagen, hey, ich will genau das erreichen und da setze ich mich jetzt auch mal zwölf Stunden hin, vierzehn Stunden am Tag und will mein Start-up hochziehen und versuche hier wirklich Erfolge zu erreichen, die Welt zu verbessern, so dieses ganze Purpose-Driven-Organizations-Impact haben, was da viele antreibt. Wo ich sage, ja, mach das. Super. Nur kommt ja ohne das klar. Und das war so die Frage, die ich mir dann gestellt habe. Ja, also das alles Anstreben ist total fein, auch löblich in irgendeiner Art und Weise. Schwierig wird es dann, wie es bei mir dann halt war, sich darüber zu definieren. Genau dieser Punkt von, na, ich bin schon echt gut, aber ich bin halt nicht Lance Armstrong. Also ich habe bis heute immer noch nicht siebenmal die Tour de France gewonnen. Ich werde sie auch nie gewinnen und das ist total fein. Ich werde viele Dinge in meinem Leben nicht erreichen. Also Sebastian Kurz, österreichischer Kanzler, das war auch immer so einer, wo ich dachte, ja, 29 bin ich jetzt auch und ich bin immer noch nicht Bundeskanzler. Scheiße. Und das ist okay. Also versuchen ja, Dinge verfolgen ja und es ist auch okay, wenn man es nicht schafft. Und für mich hat sich das jetzt irgendwie so im Nachdenken über diesen ganzen Talk kondensiert in so eine Art Motto, Spruch, keine Ahnung, vier Wörter, Sätze, die ich jetzt einfach teilen wollen würde. Und das ist das hier. Also ich glaube, Leben ist sinnlos. Am Ende sind wir alle tot. Lest man ein paar Stoiker und andere Bücher, da ist ganz klar, Leben ist sinnlos. eine Million Euro, wenn du tot bist, bringt dir das nichts. Aber dieses Gefühl von, hey, wenn ich in mich reinschaue und höre, ich will leben, auch wenn es halt draußen drum kacke ist. Und wie kann ich das vereinbaren? So dieses, es ist alles sinnlos und ich will leben. So mit einer Grundding von ich bin okay. Ich finde mich okay, so wie ich bin, mit allem, was ich erlebe. und dann halte ich es auch aus, keinen Erfolg zu haben. Dankeschön. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020